Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN-Unterhaltung. Elon Musk soll heimlich Vater von Zwillingen geworden sein. Hat Elon Musk, 51, schon wieder Nachwuchs bekommen? Der Spark-Ex-Gründer dürfte sich bereits einige Male über Kinder freuen. Mit seiner Ex-Frau Justine teilt der Unternehmer fünf Kinder, einmal Zwillinge und einmal Drillinge. Außerdem begrüßte er mit der Sängerin Greims, 34, bereits den kleinen XIA-12 und ExaDark Siderail auf der Welt. Doch nun ist sogar von noch mehr Nachkommen die Rede, angeblich ist Elon wieder Vater von Zwillingen geworden. Wie Business Insider berichtete, soll der 51-Jährige schon im vergangenen Jahr heimlich Twins mit einer Frau, die eines seiner Unternehmen leitet, bekommen haben. Laut Gerichtsdokumenten ist die Mutter der Kinder Chavonne Zills, eine Führungskraft bei Neuralink, dem von Elon mitgegründeten Start-up für Gehirnchips. Im November sollen die Babys das Licht der Welt erblickt haben, nur einen Monat bevor der Milliardär auch mit Greims dank einer Leihmutter Nachwuchs begrüßte. Hey Leute, ich bin Gensham, willkommen zu WTN-Unterhaltung. Wenn ihr mehr Informationen über Europa und Deutschland-Unterhaltung möchtet, dann abonniert unseren Kanal und klickt das Beeil-Icon. und Like our Video und Share with your Friend and Family. Thank you very much for watching our Video. Thank you.